Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 913. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ohne regelmäßiges Yoga könnte ich meinen anstrengenden Beruf nicht ausführen. Ohne regelmäßiges Yoga könnte ich meinen anstrengenden Beruf nicht ausführen. Du bist gut trainiert, aber ich glaube nicht, dass du 20 Klimmzüge schaffst. Du bist gut trainiert, aber ich glaube nicht, dass du 20 Klimmzüge schaffst. Unsere Arbeit auf dem Bauernhof beginnt morgens um 5 Uhr und dauert bis spätabends. Ich bin schon im Bahnhof. Der Zug ist pünktlich. Ich bin in drei Stunden zu Hause. Ich bin schon im Bahnhof. Der Zug ist pünktlich. Ich bin in drei Stunden zu Hause. Ich bin schon im Bahnhof. Der Zug ist pünktlich. Ich bin in drei Stunden zu Hause. Ich kann es kaum erwarten, dass du endlich nach Hause kommst. Ich kann es kaum erwarten, dass du endlich nach Hause kommst. Trotz Schwangerschaft arbeite ich gerne weiter im Büro. Trotz Schwangerschaft arbeite ich gerne weiter im Büro. Sicherheit gibt ein gutes Gefühl. Wir haben an unserem Haus mehrere Kameras installiert. Sicherheit gibt ein gutes Gefühl. Wir haben an unserem Haus mehrere Kameras installiert. Sicherheit gibt ein gutes Gefühl. Wir haben an unserem Haus mehrere Kameras installiert. Trauben enthalten viele nützliche Inhaltsstoffe. Rote Trauben sind besonders reich an Resveratrol. Trauben enthalten viele nützliche Inhaltsstoffe. Rote Trauben sind besonders reich an Resveratrol. Trauben enthalten viele nützliche Inhaltsstoffe. Rote Trauben sind besonders reich an Resveratrol. Eine schöne lange Hochzeitstafel mit Holzstühlen ist mit Wildblumen und weißen Kerzen geschmückt. Eine schöne lange Hochzeitstafel mit Holzstühlen ist mit Wildblumen und weißen Kerzen geschmückt. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Die Schnürsenkel sollten fest sitzen. Die Schnürsenkel sollten fest sitzen. Wir haben die Prüfung zusammen bestanden. Hast du außer Käse und Weintrauben noch etwas anderes gekauft? Hast du außer Käse und Weintrauben noch etwas anderes gekauft? Immer mehr Menschen hören meine täglichen Podcasts. Immer mehr Menschen hören meine täglichen Podcasts. Durch dieses Holzspielzeug lernst du, aus Buchstaben Wörter zu bilden. Maria läuft durch das Lavendelfeld. Maria läuft durch das Lavendelfeld. Sie breitet ihre Arme aus. Nach dem Einkaufen schaue ich entsetzt auf mein Bankkonto. Nach dem Einkaufen schaue ich entsetzt auf mein Bankkonto. Nach dem Einkaufen schaue ich entsetzt auf mein Bankkonto. Andrea hat eine Apfelsine halbiert. Nach den Yoga-Übungen kuscheln wir gemeinsam auf dem Sofa. Nach den Yoga-Übungen kuscheln wir gemeinsam auf dem Sofa. Wir haben seit einigen Tagen ein Hausschwein. Die Rasse ist selten. Wir haben seit einigen Tagen ein Hausschwein. Die Rasse ist selten. Wir haben seit einigen Tagen ein Hausschwein. Die Rasse ist selten. Ich erinnere mich gut, wie schön es damals mit meinen jüngeren Geschwistern war. Ich habe den Fehler gefunden und weiß jetzt genau, was zu tun ist. Ich habe den Fehler gefunden und weiß jetzt genau, was zu tun ist. Ich brauche morgens einen Proteinshake, um meine Muskeln aufzubauen. Ich brauche morgens einen Proteinshake, um meine Muskeln aufzubauen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Schöne im Weg. Die Säte. Die Säte. Die Säte. Die Säte. Das war's. Der Folge ist richtig ab. Vielen Dank.